Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du in Minecraft eine unendliche Wasserquelle machst. Alles, was du dazu brauchst, sind zwei Wassereimer. Entweder du machst hier drei Löcher und machst dann hier einmal Wasser und dann einmal hier. Und dann kannst du immer in der Mitte Wasser nehmen. Oder noch besser ist, dass du hier so ein Quadrat machst, dann einmal hier Wasser platzierst und dann einmal hier. Und dann kannst du egal wo Wasser nehmen und es wird dann nachgefüllt. Weil wenn du es wie in dieser Variante machst, hier einmal Wasser nimmst, war es das dann mit der unendlichen Wasserquelle. Und so leicht geht's. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und tschüss.